Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ist das nicht wunderbar, dass wir unsere Sorgen loswerden können? Dass wir jemand haben, auf den wir sie werfen dürfen, dass wir sie loswerden? Wie wunderbar ist das doch? Und das kannst du uneingeschränkt tun. Gib deine Sorgen ihm, er sorgt für dich. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich ermutigen. Und ich sage dir heute, Spende Leben. Schick uns dein Gebetsanliegen, wir beten gerne für dich. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Du bist bestimmt neugierig, wie kann ich Leben spenden? Ich kann es doch nicht einfach irgendwo auf ein Konto einzahlen. Ja, in Johannes 7, Vers 38 steht, Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Das ist doch was Wunderbares. Wenn wir wirklich an seine Schrift, an die Bibel glauben, und wirklich diese Verheißungen glauben, dann wird aus uns heraus lebenspendendes Wasser fließen. Und das Wasser fließt zu deinen Nachbarn, in deine Ehe hinein, in deine Familie hinein. Und das ist so wunderbar, dass wir, wenn wir glauben, Leben spenden dürfen. Wir müssen da gar nichts weiter hinzutun, irgendwo was machen und schieben und zerren. Das ist manchmal eh das Verkehrte. Sondern wirklich glauben, was in der Bibel steht. Und dann kann das lebenspendende Wasser, das vom Himmel her kommt, das durch den Heiligen Geist in uns gewirkt wird, dann kann es fließen. Danke, Herr, dass das ein jeder begreift. Dass wenn wir an dein Wort glauben, lebenspendendes Wasser aus uns heraus fließt. Nicht das eigene, sondern das, was in uns drin ist, durch den Heiligen Geist, deine Kraft. Dieses lebenspendende Wasser, lass es fließen. Danke, Herr. Amen. Per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Seit einiger Zeit höre ich sehr schlecht auf der linken Seite. Seit dem Ohrentest weiß ich, dass ich einen Hörverlust habe von 47%. Ich bitte euch zu beten für mich, dass ich wieder besser hören darf. Ich danke euch dafür und auch immer für die ermutigenden Worte, dass ich Vertrauen haben darf. Liebe Grüße. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst, die einen so großen Hörverlust hat. Und ich danke dir, dass du ihr Ohr jetzt berührst und dass alles, was darin ist, wieder in seine normale Funktion kommt. Dass du die ganzen Gehörgänge und alles, was da drin ist, reinigst und heilst und durchströmst mit deiner Heilungskraft. Danke, Jesus, dass dieses Ohr wieder voll funktionsfähig wird. Danke, Jesus, du bist der Heiler und wir glauben daran und ich danke dir, dass du diese Person berührst, dass sie wieder voll funktionsfähiges Gehör hat. Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen, da schreibt jemand, Hallo, herzlich bitte ich um Gebet. Ich leide unter Psoriasis, akut und besonders auf den Händen und Füßen. Ich bin 53, habe einen Rollator, Schwerbehinderung und Pflegegrad 3. Jesus, du kennst diese Person, die so schlimme Behinderungen hat und Rollator und Psoriasis und was noch alles. Und ich danke dir, Jesus, dass du diese Person berührst und dass du eingreifst in ihr Leben, dass du ein Gott bist, der größer ist, der stärker ist, wie jede andere Macht und auch stärker wie Krankheitsmacht, wie Schwerbehinderung und wie alles, was da nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus. Du kennst diese Person und du weißt auch die Details, was wir nicht wissen. Aber du kannst ihn berühren und du kannst heilen. Und wir danken dir, dass du auch diese Psoriasis wegnimmst. Danke, Jesus, dass wir dir diese Person wirklich in deine Hände legen dürfen und dass dein Heilungsstrom wirksam ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet, wie du uns erreichen kannst. Eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Ich hatte im Januar fünf Wochen Lungenentzündung. Nach vier Wochen ging es leider wieder mit Husten los, der bis jetzt immer noch ist. Außerdem sind meine Ohren dadurch zu. Ich bitte um Gebet für vollständige Heilung der Lunge, der Bronchien und der Ohren. Gott ist nichts unmöglich. Vielen herzlichen Dank. Ja, da steckt auch eine Menge Glauben drin. Oh, Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du wirklich, Herr, den ganzen Organismus mit Lunge, Bronchien und alles, was zusammenhängt, Herr, berührst. Danke, Herr, dass da total dein heilendes Blut durchfließt, dass du am Kreuz von Golgatha auch für Heilung gegeben hast, Herr, für jeden, der es in Anspruch nimmt. Und danke, Herr, Herr, dass wir über diese Person komplette Gesundheit ausrufen dürfen. In deinem Namen, Jesu. Amen. Und eine weitere Bitte um Gebet kommt per E-Mail. Hallo, gerne möchte ich für meinen Mann um Heilungsgebet bitten. Eure Unterstützung tut gut. Er hat starke Rückenschmerzen, Schlafstörungen und ist von Schmerzmitteln und Medikamenten abhängig. Danke fürs Gebet. Ja, unsere Unterstützung, wir können beten. Wir wissen, Gott hört Gebet. Mehr können wir nicht tun, aber wir haben einen gewaltigen Gott, der die Wunder tut. Und danke, Herr, dass wir jetzt auch für diese Heilung beten dürfen. Herr, dass du wunderbar der Herr bist, der hier unterstützt, Herr, Herr, nicht nur unterstützt, sondern wirklich, wirklich heilt, Herr. Ich danke dir dafür. Und Herr, dass du im ganzen Bereich, Herr, Wunder über Wunder tust in diesem Leben. Herr, wir rufen Normalität wieder in diesen Körper hinein. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und eine glückliche Frau schreibt uns folgende Gebetserhöhung. Danke vielmals. Bei dem Ostergebet bat ich um Gebetsunterstützung. Wegen der Angst- und Panikattacken, die ich immer wieder bekam, hauptsächlich in der Nacht. Seit diesem Tag habe ich keine mehr. Danke vielmals. Ich bin so glücklich. Und das kann man wirklich nachvollziehen. Eine weitere Gebetserhöhung. Herzlichen Dank. Es ist eingetroffen. Gott hat mich überschüttet mit einer wunderbaren Zwei-Zimmer-Wohnung. Beim Umzug haben meine Enkel alles geschleppt, was ich brauche und noch viel mehr. Ich weinte vor Freude. Unser Herr hat mich vollständig geheilt, sodass ich wieder alleine haushalten kann. Nochmal herzlichen Dank und Gottes Segen. Und auch diese Freude kann man nachvollziehen, wenn man wieder alleine seinen Haushalt bewältigen kann. Und ein Mann schreibt uns noch, das Corona-Gebet hat geholfen. Das Gebet für die Familie wegen Corona hat geholfen. Auch der Sohn kam pünktlich zum Osterfest zurück. Welch eine Familienfreude. Alle sind wieder zusammen und er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Dank sei Gott dafür. Vielen Dank für die Gebete. Ja, und das tun wir gerne. Ja, wie wunderbar. Gott erhört Gebet. Vor einem Jahr hätte man nichts mit anfangen können, wenn man gehört hätte, dass Corona-Gebet hat geholfen. Ja, Gott hilft, wenn wir genau für das, was gerade dran ist, beten. Und wir wissen noch nicht, was morgen irgendwo sein wird, aber Gott ist immer aktuell dabei. Wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen. Schreibe uns auf WhatsApp oder schicke ein kurzes Video. Der Tipp des Tages heute. Ja, ich rufe dich, rufe nochmal dir zu. Spende Leben. Lass dir ein Bibelfers, eine Verheißung groß werden, die in der Bibel ist. Und lass diese so im Glauben in dich hineinfließen. Und ich sage dir, aus dir wird lebendiges Wasser fließen, weil Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dir ist. Probier es aus. Es fließt in deine Umgebung. Es strahlt das aus, was in dir ist. Und schicke uns weiter deine Gebetsanliegen, auch per Telefon heute bis 13 Uhr. Schau mal auf unserer Webseite vorbei www.missionswerk.de Wir haben ein reichhaltiges Angebot und sind immer für dich da mit so vielen unterschiedlichen Dingen. Schau einfach mal vorbei. Auch unser Magazin möchte ich dir empfehlen. Schau dir den kurzen Clip an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir wünschen dir Gottes Segen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute und bis morgen. Und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de Wir freuen uns auf dich.